hallo ich bin der zinkohler guter tag so wir haben die plattform gebaut wir haben uns gerade abgesprochen ich wollte zink ich komme mit die solo würde ich sagen weil auf der erde nein tust du nicht du musst die welt weiter bauen ich glaube auch die solo gab es oben aber in der erde und ja 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 ich weiß nicht soll ich auf die lula auf die erde 22 so er hat mich umg hat noch zwei ich bin dumm was so was brauchst du denn er hat ja mal kein strom mehr da muss man gut hier hat dagegen gemacht er anders vom ding er und unsere stromnetzwerk also bin ich lass mal dran ok bin ja dann mache ich jetzt aber weiter und dann was ich was ich machen werde aber wo werde ich das machen wo könnte ich entschieden aluminium und keramik das wir wollen dann haben wir schon noch mal eine erdzentrifuge wenn es geht dann haben wir nicht auch gehen muss aber erst mal hier hinten gucken und dann mache ich das hier hin was eigentlich noch diesen eignungsblock oder wie das so ist ne das kannst du aber einfach machen mit einem erdkanister ich weiß aber das ist mir zu wertvoll wir haben doch gar keine rings kann ist da keine keine ja keine ja ich weiß nicht mehr über ein kanister an mir geredet und erdlöcke erzeit kriegt wo wir mal nicht stelle ich doch einfach mal ich habe auch nach dem erdruck sagt eine erzentfuge da haben wir nicht genug ressourcen für jetzt schluck auf die legt dies go haben wir alle anion keramik ja genau das wollte ich dass eine alumina muss sie beschaffen solche ein aluminium mitbringen nein nein ein aluminium muss üblich lassen jetzt so ne ich wollte ich höre jetzt eins aus der öle ja dann im alter so oben dann ruhig ich hatte ein solcher nicht gut hier ist oder wir haben ja auch zwei oben was brauchst du brauchst du denn aluminium äh für landenplattform und ich kann es eigentlich auch ohne machen können wir später machen wenn wir gehen haben wir immer am ende gemerkt ich mag das immer wenn wir am ende machen aber ich will vorher noch da hinten guas guas kann man auch glaube ich in der erdzentrale feige herstellen natürlich kann man das ähm jetzt auf einmal natürlich aber weiß immer noch äh grafit dass man einfach keramik herstellen kann das war nach oben äh was macht die rakete hier weg damit na doch grafit was denn äh hier für kein nix da braucht man ein grafit unser bestes äh äh für so einen erfahrungskasten äh äh grafit ist vor unserer base kann man eigentlich machen äh ich sehe gar nicht schon mit forschungskasten meint ach so ach so um so ein ding zu öffnen ja ja dreieck äh pyramide hat wenig was nicht diesmal als wir richtig viel harz mitgenommen hatten dieses mal ja ja haben wir es nicht einfach in die plattform b rausgehauen so viel so fucking fair i can remember do you remember do you remember welche planeten der planeten hat die farbe lila warum erfreie ich mich auch komm mal her dann würde ich mich mal an deiner stelle beeilen bevor es dunkel wird ne mit was tu nicht so ich weiß den zuschauen können wir uns noch nicht sagen aber ja mein kind warte 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 geh ich jetzt zur erde oder zu die solo erde sind halt größte vorkommen ja ok auf dem montag er ist halt klein und ich habe schon alles abgebaut äh sylaia oder hatten wir auf der Silvia ah ok mein treibschuss ist eh weg ob wir noch zink zu hause haben mäßig und das kann sagen nein also ich meinte bei Silvia es ist so gott like dass man es mittlerweile abspielen kann was kann man denn abspielen äh was hier was freilich im video ging was vorher im video nicht ging so mein arbeitsliches aus wieso geht es nicht mehr an schade Schokolade cool hey achso ich hab keinen Strom doch ich esse auch kein Ohm Ohm ja ja natürlich was denn äh ein Widerstand nein Oma ne Einheit du Mongo ich weiß das hab ich doch gesagt ah wie lange das noch Widerstand 1000 Bytes so was hast du denn und wer ich hab einen mittelgroßen Gaskanister bekommen cool na 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 äh wer hat gefragt Spaß warte ganz kurz äh äh Chemielabor Wolfram Glas Keramik das ist easy die 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 flower d ja wir können auf dem planeten nur batterien machen sollten wir ihn so schnell wie möglich ab Hagen. 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 Oh, ich hab... Ne, ist gemischt, scheiße. Wieso ist hier nirgendwo zig, sondern nur Quarz und Aluminium? Ich muss auch in den neuen Treibstoff-Hetzt-Dürer-Schub da. Alles klar. Oh, da hinten sieht's aus wie zink. Uh, uh, uh. Ja, sehr schön. Zack. Zack. So, dann kann ich den wegwerfen, den wegwerfen. Wieso hab ich das mitgenommen? Da muss ich noch eh nochmal hoch. Bei mir ist ja das Epic-Gameplay gerade. Zum Glück nehme ich auch auf. Hallo, Rocco. Hallo. Als ihr fragt, Rocco ist ein echter Name. Ein unecht. Ähm... Ja, hallo. Du bist jetzt live in der Kamera. Hörst du mich nicht? Doch. Also nicht auf Discord. Äh, äh... Kai, kannst du in Astro näher rumlaufen? Ja, ich mach dir alles. Ähm... Wir sind eh... Wir sind soweit auf anderen Planeten, wir können uns nicht hören. Ich... Ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab dich halt den ganzen Tag gehört und sag so, hallo, Rocco. Und äh, meine Leute, also... Hä, so fast. Die hören dich auf. Äh, schön. Meinen dich nicht. Wie toll, du hast uns so gut verstehen. Kann ich... Äh? Jetzt, Heiner. Hallo. Hallo. Hä? Hä? Wie rufst du... Wie können wir uns denn verstehen? Äh, ich hab grad ein Walkie-Talkie abgegradet. Ach so... Zum, äh... Satelliten Walkie-Talkie. Na klar. Was denn für ein sonst? Ein Kabel. Kannst du bitte lachen? So, hab ich doch. Hab ich nicht gehört. Also wirklich sogar lustig? Krass. Hätt ich nicht von dir erwartet. Äh, ein Wolfram, äh, ein Keramik und ein Glas. Äh, kann man das herstellen, das ist easy. Was willst du machen? Sag ich nicht. War das ein Chemielabor? Wahrscheinlich. Wollte ich dir sagen, was war? Nein, nein, nicht. Wenn du es nicht wissen willst. Das ist halt deine Sache, okay? Ich respektiere das komplett. Ich führe mich jetzt schon auf Glatio. So, der sieht... Der sieht cool aus. Finde ich auch. Das könnte mein Heimatplanet werden. Hab ich dabei. Von den Erzählungen her. Aus dem Video. Oh. Genau. Das war mein Hintergedanke. Das ist eine richtig fette Zinkquelle. Na klar. Auf einmal, gell? Ganz auf einmal, gell? Ganz auf einmal, ne? Ja, klar. War ja mal wieder klar bei dir, ne? Ich werde nämlich gar nicht abgehoben. Ich bin nur auf einer anderen Seite eines Planeten gelandet. Da gibt es wohl doch Zink. Wie, was meinst du? Nichts. Bist du auf einem anderen Planeten gelandet? Nein, auf dem gleichen. So. Achso. Achso, wir sahen hier einfach. Sag mal. Ja, ja. Ey, hier gibt es auch viel Lithium schon auf der Erde. Oh, dafür wirst du mich hassen. Weg mit dem Pelz. Du kannst mich nicht aufhalten. Hallo? Ey, mach aber wenigstens nicht die Baseflächen kaputt. Oh, dann darf ich ihn kaputt machen. Mein Stichwort. Natürlich nicht. Das war nur gescampt. Jetzt hast du schon gesagt. Ja, auf der Nummer. Stierpilz. Die kann verloren. Kannst du am Ende des Projekts alles Abschluss machen. Ja. Oh, okay. Ja, du bist smart. Dann sagst du jetzt so. BW. Ja, dann machst du am Ende. Und ich so. Ah, okay. Dann mach ich halt am Ende. Jetzt hast du deinen Pilz. Ja, ich weiß. Wir haben so viele, ähm, Astronär, äh, Zuschauer. Äh, obwohl es eigentlich nur ein Fake von, äh, Nomanski ist. Ja, du kannst sogar richtig aussprechen. Ähm. Er dachte vorher, es heißt No Man's Sky. Kann man so dumm sein, Alter. Ja, man. Ja, man. No Man's Sky. Als wäre das denn bitte für dummer Name, wenn so heißt. Bitte, mach's weg. Danke. Lange brauchst du du, Chef Loser. Ziemlich lang. Äh, wirkt aber lang. Ah, hab's. Kann man dafür doch kennen Wolfram. Hast du. beim 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 war das der einzige planet haben wir dann noch nächsten planet eisen endlich ähm hämatik meinst du ach ich glaube titanit aber immer noch kein eisen glaube ich ne titanit haben wir auf dem planeten schon ach so war das ah oder auf dem nächsten und dann naja auf dem ja hämatik in höhlen und lithium in bergen ok wir können dann auch noch batterien daher stimmt perfekt da müssen wir kein lithium mitnehmen aber zink ne ja wir wollen einfach nochmal zink nein müssen wir nicht du musst ach du weißt schon dass du eine große batterie da brauchen wir einen zink nur ach so ja ok ich das kann ich nicht verneinen ich bringen das kann ich nicht verneinen willst du da sagen das ist gegen gorillas schon ich war für 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 afrika richtig als der krieg von 1925 ausbrach der vierte welt zwischen gorillas und affen die menschheit hat gewonnen denn es ist eine lüge denn die einzig wahre terror hier ist die leibniz theorie das will ich gar nicht lustig dass du jetzt einfach lügen erzählst echt es wurde bis jetzt noch nicht widerlegt leibniz kekse jetzt das hier ich ich glaube das ist perfekt wenn ich jetzt abnehme die war cool weil ich nicht gern und ich habe ich hier noch ein welcher dann in einem einem Forschungsprojekt in mir ist viel zu viel Stromquelle gemacht aber wollen wir hier gar nicht lang bleiben vielleicht in einer von zwei Sekunden durchziehen echt ich finde das ist fast der schüttes planet du hast aber gesagt hier gibt es nichts gibt es auch nicht doch titanit aber das bringt uns doch nichts ohne jemand glaube ich doch das ist das ist das ist nicht das ist oder 6 und stoffe er gebranntes für mich gerade einen spaß genannt mit kurz wie es heilig schicken der heilig weiter ich habe zu reden der heilige Graal er bedient er ist schaffnet sein so eine Kiste zu gehen mit Sprengpulver womit konnte man das noch mal herstellen Arminpulver mit welchem nicht so welchen Gas genau ja genau komm hau raus welches Gas Helium nein fängt mit erst an Schwefel ich bin krass einfach so gar richtig bing bing hallo Mister Sprengpulver hier stimmt ich kommt weiter ich muss es im kleinen so Dynamit also wie geil jetzt kann ich einfach den Pilzen in die Luft sprengen nur kleine Joke das würde er nie machen es ist am Ende oh mein Gott ich mache ihn mit mit Sprengpulver weg hast mich so überzeugt hier nicht warum habe ich nicht zuerst geguckt wo die Kiste ist ah hier ist aber eigentlich gar nicht so klug was jetzt müssen wir wieder so viel auf die anderen Planeten tragen mit vielen Exo Chips wofür haben wir noch mal Exo Chips gebraucht er führt theoretisch eigentlich alles aber am meisten glaube ich den Rope am Ende er braucht zwei Exo Chips für für das krasseste Ding glaubst du ne 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 das habe ich vorhin nachgeguckt im Verheilz in der Welt ne 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 weiß ich weiß ich alles Gutes weiß ich das habe ich auch nicht im Video gesehen wo denn sonst äh hier RTG Nanocarbonligierung dann sind wir hier aufs Chemielabor gegangen nach ganz rechts Nanocarbonligierung äh oh können wir noch nicht machen ne 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 das war mir schon klar aber ich dachte man braucht äh ja gut das ist jetzt äh jetzt fühle ich mich nicht mehr so klug mhm okay gut dann äh bin ich scheinbar tatsächlich dümmer wirklich dümmer als ich dachte gut ja dann gut zu wissen dass es jetzt auch erkannt hast gut zu wissen dass ich es jetzt auch weiß ah hier ja für ein Auto Extractor effiziente Ressourcen weißt du äh das ist wir haben ja 7600 Bytes und weil wir dafür Stahl Wolfram Karambi Karabit und so brauchen weil dann äh erforscht ist es jetzt einfach weil wir haben jetzt eh noch 100 Bytes übrig was ja ja ich fand es war jetzt ganz einfach wichtiger kannst du den Baum ne also wir brauchen ein Wolfram Karabit und Stahl und so ok Stahl ist das Problem und ja aber ich wollte weil das ist lustig ist was soll ich guck mal kurz nach was hä ne wir können es ja wirklich bauen halt ein Mal warte mal ah nee außer Stahl meine ich äh tatsächlich außer Stahl kennt mich das bauen i6 tschüss oh das zieht aber sehr viel ES was soll äh das Ding dort irgendwie 20 ES pro Sekunde oder wie ach soll ich mal Dings machen als 6 was ist braucht das Ding irgendwie 20 ES pro Sekunde oder was naja 8 ES das geht auch noch das ist das äh ein großer kohlen ach so ein mittelgroßer Generator macht 9 ES ok dann geht's ja wirklich äh ich mach mal Forschungsstation Station was auch immer ich gerade versucht hab zu sagen äh was ist eine Forschungsstation ach so ja weiß ich nicht ich weiß es kann sehr nicht also doch ich weiß schon was ich meinte aber ach halt einfach dein Maul okay ich hab glaube ich noch mehr Zick gefunden ich bin so faul ich geht nicht auf die Suche nach Hartz ich baue jetzt einfach hier die Landschaft in unserer Base ab danke danke spaß ich nehme unser besser diese äh abgestützte Raumschiff warst du schon mal drin mhm jetzt muss bestimmt das er wollte das das bin ich was das ist enttäuscht ach so der englische Guide geht weiter ich hab schon mal ich hab schon mal eine englisch stunde gemacht in Rocket League also ja der englische Guide aus geht weiter ok hello my friend maybe your next time the also winning team alter sind uns nicht war ich hab ganz in qrt qt rtg generator getragen jetzt nehme ich ihn einmal nicht mit jetzt habe ich gleich Stromprobleme naja liegt am zweiten bohr an passen zieht echt ich weiß aber ich habe ihn ganze Zeit getragen werde ich in der base waren jetzt die einem außerhalb von der base und leg ihn ab jetzt ich habe ich hier in der base ne ich wollte es nicht sagen jetzt jetzt nicht sagen als exakt du für mich kommt Giraffe es musste einfach gesagt werden jetzt sind mir leid an alle Giraffen Fans ihr seid einfach nur dumm und Giraffen auch und Giraffen er denkt sich so ja man ich bin der Giraffe hört einfach auf zu denken das hilft meistens weiter vor allem in der Prüfung vor allem genau in was einfach aufschreiben was man denkt auch wenn es ein Kreuzzettel ist ja wenn da steht Kreuz der x y schreib einfach auf was ich für die englisch stunde nochmal multiple choice exam ja ich wollte gerade in den Chat schreiben hier gibt es aber keinen Chat glaube ich echt weiß ich nicht gibt es einen Chat dann findet es doch heraus unter www.astronere.de und kauft Merch bei uns oder bei Lidl kannst du mal Merch Artikel erstellen vielleicht kaufen wir sogar ein T-Shirt ok was soll ich da drauf schreiben was soll es werden irgendwas mit Lenny und ich aber bitte richtig schlecht und Stoff da soll ich als für das wir zu ein Handtuch fragen einfach ne Handtücher gibt es gute ja aber so einen mit dem du dir die Hände wächst wolle ja keine Ahnung also ich würde jetzt nicht so lieben gerne so ein Handtuch tragen ich meine ich habe nicht so geile die die ich kenne würde ich nicht gerne tragen was ich wollte ist ja gleich vorbei was machst du nur in uns Pakistan ich muss noch eine Fettstückbüse machen warum damit ich zurückkomme mein ist weg ich meinst du was denkst du du Loser Ammonium, Aluminium doch hoffe ich ich weiß nur noch nicht wo ich das hintun will als 6 ich mach's so okay hat mich überzeugt wenn es dich stört hast du Pech gehabt ja bitte nicht mir egal ich mach's hinter die Elektrodinger nicht weil du deinen so groß gemacht hast um die Forschungsstation das ist ein Aluminium ein Ammonium und das zwei oder ein Warten ein Minium Wattdorf folgen ich hab's tun wollen einnehmen die Haubeck crazy wer sieht die ich jetzt sagen eine Forschungsstation reicht oder ich glaub ich zieh mir eh schnell durch eine Forschungsstation reicht ja ja mach ich ich hab hier auch nochmal was hochgelegt so dann lass mich jetzt mal nachdenken hier Kompass kurz ich war schon immer der Typ der alles aktiviert perfekt äh weiter haben wir nicht mal unsere Base aktiviert krass hab ich hier Zink oh jetzt Zink du hast doch Zink gefarmt ja aber nicht nicht komplett vollständig und du warst es nach Hause zu kommen du wolltest also ich schneller komme gut das so wie immer aber he 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 Digga nicht mal mit unserer Base haben wir genug also ich wollte mich gar beschweren dass wir nicht mal mit unserer Base genug Strom haben das fällt mir gerade auf wir haben ja gar keine Energiequelle außer den Generator und die gute ATG ach das war einfach mal leise okay das kommt so dann wäre ich dafür ich bin auch zurückgegeben du willst so weinen du hast keine Ahnung denk ich so oh no please god don't don't hurt me don't judge and I'm saying you just hey man come down man and then we so doing hey hey what's up äh und jetzt übersetzt das nochmal für die englische Stimme äh oh mein gott ich bin glaube ich so smart oh mein gott Isaacs ich bin so äh auf welchem Planeten waren wir nochmal sag ich nicht okay Arthrox Wesania ist es der hier ja hast du ein Aluminium mitgenommen brauch ich den nicht ja halt deinen Maul ich bin so smart weil ich nochmal zu sicher nachgucken in der Höhle unten du willst mich lieben wenn du mir keinen Kurs danach gehst dann weiß ich nicht oh nein anhalten stopp ich hab es gedrückt nein 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 komm noch nicht komm noch nicht geh weg geh weg schleunig schnell musst du zu unserer Base bevor der Verrückte da ist der irgendwas macht da ist es nein das ist komm nicht her bitte warte noch ein bisschen ey ich will dich überraschen du wirst mich lieben du mich auch bei der Menge an Zink die ich mitgebracht habe geh weg bitte geh weg bitte bleib dort bitte oh nein 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 er will den Pilz weg weg machen nein du dich nicht was denn sonst bitte ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe okay ich muss es irgendwo verstecken das Geschenk du musst es öffnen du bist es hä wie klein ist es ah das wird noch größer warte nichts geh weg ja geh weg schnell was denn weg ist das geh weg ich bin nur die Rakete warte ach man ja ok ist vorbei ich weiß nicht mal geh bitte noch schnell weg geh zurück heißt das der XL oh ja oder ihr seid ihr seid große Windturbine ah wollte ich gerade schön sagen XL wäre zu öffnig vier Zink Zink so mal gucken wie viel und noch mehr Zink ok was kannst du wie viel ES produziert zwei äh arbeite ich will dir zugucken ok wir sind wieder da und damit äh hast du stopp die arbeitet nicht da muss irgendwas angeschossen werden ah funktioniert man muss einmal anpusten am Anfang ne ich hab's einfach durchgehoben ist einfach 10 IS ist ein mittelgroßer Generator alter jetzt können wir Batterien machen in der nächsten Folge auf jeden Fall stopp nein 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 doch das jetzt kommt das hier ach so ja gut das äh ist damit das letzte was wir davon tun werden oh oh das sieht nicht gut aus warte der Kohlenstoff ich hab übrigens noch ein Zink halt wie gut ich in dem Spiel bin Lul es ist nämlich fertig geworden ich bin noch nicht ich bin noch nicht fertig guck mal was hier ist was Kraft ist denn du da eine Batterie meine ne ich bald jetzt wir haben noch ganze Tische dafür was hinten Wind hier nur Batterie und die andere Batterie das heißt wir brauchen noch 15 äh ja ich hab ein bisschen was mitgebracht nein lass jetzt Dings komm ja ok ist das Ende ok komm komm auf die Fläche komm 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 ja warte bitte na halt schon schwa aus tschüss bis bis Oi.